Die Europäische Fußball-Union, die UEFA, ist entstand 2023 insgesamt 55 Mitglieder, obwohl es in Europa nur etwa 46 anerkannte Staaten gibt. Zieht man das Fürstentum Monaco, der Kirchenstadt, Vatikanstadt ab, ist die UEFA um elf Nationen größer als der eigentliche Kontinent, den man repräsentiert. Warum die UEFA so groß ist, hat damit zu tun, dass auch Regionen, die nicht als unabhängige Staaten betrachtet werden, Teil der UEFA sind, wie zum Beispiel Gibraltar oder die Vörrer. Zudem ist das Vereinigte Königreich Großbritannien-Nordirland aus historischen Gründen in vier Landesteilen England, Wales, Schottland und Nordirland aufgeteilt, von denen alle den Europäischen Kontinentalverband angehören. Neben diesen Ausnahmen gibt es UEFA-Mitglieder, bei denen man zweifelt, ob diese überhaupt europäisch sind. Diese Frage stellen sich immer wieder Fußballfans, wenn sie sehen, dass Israel an einer EM-Qualifikation teilnimmt oder ein kasachischer Fußballverein sich für das europäische Geschäft qualifiziert hat. Während es bei Ländern wie Russland, die Türkei und der Republik Zypern für viele verständlich ist, erzeugen Nationen wie Kasachstan, Georgien, Aserbaidschan, Armenien und Israel, die teilweise oder vollständig auf dem asiatischen Kontinent liegen, regelmäßig für Verwirrung. Ich möchte diesen auf den Grund gehen und euch erklären, warum Kasachstan und Co. an europäischen Wettbewerben teilnehmen dürfen. In Artikel 5 Absatz 2 der UEFA-Statuten steht bezüglich der Mitgliedschaft in der Europäischen Fußballunion folgendes. In Ausnahmefällen und mit Einverständnis der FIFA kann ein Landesverband Mitglied der UEFA werden, der geografisch zu einem anderen Kontinent gehört und nicht Mitglied einer anderen Konföderation ist. Hier steht schwarz auf weiß geschrieben, dass es in Ausnahmefällen möglich ist, Mitglied der UEFA zu werden, auch wenn sich das Land auf einem anderen Kontinent als auf dem europäischen Kontinent befindet. Deshalb könnte man meinen, dass dieser Artikel die UEFA-Mitgliedschaft von Armenien, Kasachstan und Co. legitimiert. Das ist aber nicht der Fall, denn dieser Artikel ist für eine UEFA-Mitgliedschaft der hier im Video angesprochene Nationen nicht relevant. Der wichtigste Faktor, der eine Mitgliedschaft begründet, ist erstens, dass das Land von der Mehrheit der UN-Mitglieder als unabhängiger Staat anerkannt ist und die im Gebiet ihres Landes für die Organisation und Durchführung des Fußball-Sportes verantwortlich ist. Und zweitens, dass das Gebiet des Landes geografisch auf dem europäischen Kontinent liegt. Sowohl Kasachstan als auch die Kaukasus-Staaten, Georgien, Armenien, Aserbaidschan sind von der Mehrheit der Mitglieder der Vereinten Nationen anerkannte Staaten und sind auch selbstständig für die Organisation und Durchführung des Fußball-Sportes in ihrem Land zuständig. Den ersten Punkt erfüllen sie auf jeden Fall. Aber dieser wäre nichts ohne Punkt 2 mit der geografischen Lage, denn dieser ist am schwierigsten eindeutig zu beantworten und je nach Definition unterschiedlich. Was viele nicht über Europa wissen, ist, dass dieser kein Kontinent, sondern ein Subkontinent ist, ähnlich beispielsweise wie Indien, Madagaskar oder auch die arabische Halbinsel. Geografisch bildet Europa gemeinsam mit Asien den Kontinent Eurasien. Auch Geologen sind sich einig, dass Europa kein Kontinent ist, da es keine europäische, sondern eine eurasische Kontinentalplatte existiert. Nur historisch und kulturell wird Europa als eigener Kontinent betrachtet und als solcher bezeichnet. Eine Grenze, wann ein Kontinent endet und wann ein neuer beginnt, gibt es auf jedem anderen Kontinent außer in Europa. Jetzt kommen bestimmt welche aus den letzten Ecken und sagen, äh, na Rolf, der Ural und das Kaukasusgebirge ist die natürliche Grenze zwischen Europa und Asien. Das ist richtig BVB-Fan 69. Wie auch der Bosporus bei der Türkei, wird der Ural und der Kaukasusgebirge als natürliche Grenze zwischen Europa und Asien genutzt, aber das klärt auch nicht unser Problem. Sagen wir mal, der Ural und der Kaukasus bilden das Ende des europäischen Kontinentes, gibt es immer noch tausende Definitionen für die europäische, asiatische Grenze, wie auf dieser Karte ersichtlich wird. Denn die Frage ist immer, wo setzt man an? Wo setzt man die Linie? Klar, der Ural macht das Ganze ein bisschen einfacher, dort ist egal, wo man ansetzt, sowohl Russland als auch der Westen Kasachstan liegen auf dem europäischen Kontinent und demnach berechtigt, Mitglied der europäischen Fußball-Union zu werden. Schwieriger ist das Ganze beim Kaukasus, denn hier ist die Frage der Grenzziehung nicht ganz so leicht zu beantworten. Hier gibt es wieder mehrere unterschiedliche Definitionen und je nachdem, welche man wählt, gehören Armenien, Aserbaidschan und Georgien zum europäischen oder zum asiatischen Kontinent. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, die Republik Zypern und Israel gehören eindeutig zum asiatischen Kontinent, aber wieso sind sie trotzdem Teil der UEFA? Der Zyprische Fußballverband wurde 1962 offizielles Mitglied in der UEFA und damals gab es noch keine Regulierung, die in eine Mitgliedschaft in der europäischen Fußballgemeinschaft verbietet. Dazu ist die Republik Zypern historisch, kulturell als auch politisch europäisch geprägt und ist seit 2004 sogar Mitglied der EU. Israel hingegen ist weder historisch gesehen europäisch, noch Teil der Europäischen Union, aber trotzdem seit 1991 offizielles UEFA-Mitglied. Der Israelische Fußballverband war lange Teil der asiatischen Fußballkonfrontation und gewann 1964 sogar die Asienmeisterschaft. Aufgrund des Nahostkonfliktes boykottierten arabische Mannschaften Spiele gegen Israel und dieser wurde 1974 aus dem asiatischen Kontinentalverband ausgeschlossen. Hier griff Artikel 5 Absatz 2, der den UEFA-Beitritt bei Ausnahmefällen erlaubt. Aber zur Frage, warum ist Israel UEFA-Mitglied, habe ich vor einem Jahr schon ein separates Video detaillierter erklärt. Schaut da gerne mal später rein. In diesem Video wollen wir den Fokus hauptsächlich auf die ehemaligen Sowjetrepubliken Armenien, Aserbaidschan, Georgien und Kasachstan legen. Denn der Fakt, dass Kasachstan ko-geografisch gesehen auf dem europäischen Kontinent liegen, ist zwar eine Begründung, aber nicht die offizielle Antwort. Denn wieso diese Länder Teil der europäischen Fußballunion sind, hat einen anderen Grund. Die Union of European Football Association, kurz UEFA, wurde im Juni 1954 in der Schweiz gegründet und die Sowjetunion war einer von mehreren Gründungsmitgliedern. 1960 gewann die sowjetische Fußballnationalmannschaft die erste Ausgabe einer Fußball-Europameisterschaft und sowjetische Mannschaften nahmen an Europa-Pokal-Wettbewerben teil, manche sogar mit Erfolg. In der Saison 1980-81-Hotidunabu trifft es nach dem Sieg über Kaiser als jeder den Europa-Pokal der Pokalsieger als Verein aus der Georgischen Sowjetrepublik. Nach dem Ende der UDSSR 1991 und des Fußballverbandes entstanden neben 15 neue unabhängige Staaten 15 neue nationale Fußballverbände, die sich alle einer neuen Fußballkonferenz anschließen müssen. Da die 15 Verbände in Form der Sowjetunion mal Teil der Europäischen Fußballunion waren, bot UEFA allen eine Mitgliedschaft in ihrem Kontinentalverband an. Die meisten ehemaligen Sowjetrepubliken wurden Mitglied der UEFA, auch Uzbekistan wollte beitreten. Aber weil die übrigen Republiken Zentralasiens sich entschieden haben, dem AFC beizutreten, wurde Uzbekistan nicht zugelassen. Kasachstan wurde erst Mitglied im asiatischen Kontinentalverband und war dort eher semi-erfolgreich. Im Jahr 2000 konnte man sich fast für die asiatische Meisterschaft qualifizieren und bei der asiatischen WM-Qualifikation schaffte man es nur einmal in die Entscheidungsrunde. Die Frauenfußball-Nationalmannschaft dagegen qualifizierte sich 1995, 1997 und 1999 für die Asienmeisterschaft, aber schaltete jeweils in der Vorrunde. Im Vereinsfußball erreichte Kölrat Almaty 2001 das Viertelfinale des asiatischen Pokalsiegerpokals und der FCI-Tisch das Halbfinale der asiatischen Champions League. Der kasachische Fußballverband war unzufrieden mit dem asiatischen Fußball und bat im Jahr 2000 darum, doch der UEFA beizutreten. Dadurch versprach sich der Verband mehr Professionalität und Entwicklung des kasachischen Fußballs. Zwei Jahre nach der Antragstellung wurde Kasachstan 2002 offizielles Mitglied der UEFA. Auch der usbekische Fußballverband, der schon 1992 der UEFA beitreten wollte, aber aufgrund der Nichtmitgliedschaft Kasachstan abgelehnt wurde, wollte ebenfalls der UEFA beitreten. Konkreter wurden die Pläne eines eventuellen Beitrittes in die UEFA vor der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Usbekistan schaffte es in die WM-Playoffs und hatte durch einen Sieg gegen Bahrain die Chance, sich erstmals für die Fußball-Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Das Hinspiel gewann auch eigentlich Usbekistan mit 1 zu 0, aber dieses Spiel sollte noch für Diskussionen sorgen. In der 39. Spielminute bekam Usbekistan einen Strafstoß zugesprochen, dieser auch verwandelt wurde. Da aber ein Mannschaftskollege zu früh in den Strafraum lief, wurde der Treffer annulliert. Anstatt den Elfmeter zu wiederholen, entschied der Unparteiisch auf indirekten Freistoß für Bahrain. Das war ein klarer Regelverstoß und der usbekische Fußballverband, der am Ende trotzdem das Spiel 1 zu 0 gewann, legte Einspruch ein, damit das Spiel 3 zu 0 für sie gewertet wird. Der AFC und die FIFA gaben den usbekischen Fußballverband recht, aber anstatt das Spiel 0 zu 3 für die Usbeken zu werten, wurde das Spiel wiederholt. Der Einspruch der Zentralasiaten ging nach hinten los und das Wiederholungsspiel endete bei einem torlosen Unentschieden. Und weil das Rückspiel 1 zu 1 ausging, kam durch die Auswärtstorregelung nicht Usbekistan, sondern Bahrain weiter. Enttäuscht von der Entscheidung der FIFA und des Asiatischen Kontinentalverbandes, versuchte man im Oktober 2005 der UEFA beizutreten. Alisha Nikim Bajev, ein hochrangiger Funktionär des usbekischen Fußballverbandes, sagte gegenüber Reuters Folgendes zu einem möglichen UEFA-Beitritt. Es wäre eine riesige Chance. Wir können unser Spiel auf ein neues Level heben. Die Teilnahme an einer europäischen Champions League wäre ein großer Aufschwung für unser Spiel und würde uns finanziell weiterbringen. Wenn Australier der Asiatischen Konfrontation beitreten können und Kasachstan-UEFA-Mitglied werden kann, warum dann nicht wir? Ich erinnere mich, dass UEFA-Präsident Leonard Johansson bereits 1992 alle 15 ehemaligen Sowjetrepubliken einlud, der UEFA beizutreten. Die usbekischen Fußballfunktionäre wollten es, die Fans wollten es, aber wir konnten unsere Politiker damals nicht überzeugen. Die Lage zwischen dem usbekischen Fußballverband und der asiatischen Fußballkonfrontation beruhigte sich und die Pläne wurden irgendwann verworfen. Und wie ihr wisst, ist Usbekistan nie der UEFA beigetreten. Am 11. Oktober 2012 traf sich der damalige UEFA-Präsident Michel Platini in Dushanbe, der Hauptstadt der Republik Tatschikistan. Dort wurde ihn gefragt, ob Tatschikistan und andere zentralasiatische Staaten noch der UEFA beitreten können und dürfen. Diese Frage wurde vom UEFA-Präsident verneint. Seiner Meinung nach ist es ziemlich spät, sich der Frage zu befassen, selbst wenn die UEFA solche Bewerbungen aus den Ländern der Regionen erhält. Zitat Es handelt sich um eine sehr schwierige politische Frage, die zur Zwietracht zwischen den Konfrontationen, vor allem der UEFA und des AFC führen könnte. Zudem trifft das Argument der europäischen Lage bei den zentralasiatischen Staaten nicht, die bei Kasachstan immerhin gegeben war. Wie sehr sich der UEFA-Beitritt für Kasachstan gelohnt hat, ist fraglich. Bisher konnte sich Kasachstan weder durch eine europäische Qualifikation für eine Weltmeisterschaft, noch sich für eine Fußball-Europameisterschaft qualifizieren. Das höchste der Gefühle war der Aufstieg in die Nations League Gruppe B, also die zweite Liga des Wettbewerbs. Obwohl, die jetzige EM-Konfiguration sieht für Kasachstan gar nicht mal so schlecht aus. Go Kasachstan! Etwas besser läuft es im Vereinsfußball, dort konnten sich des öfteren kasachische Mannschaften an europäische Wettbewerbe sehen lassen. 2015-16 qualifizierte sich der FC Astana sogar für die Gruppenphase der UEFA Champions League und erreichte 2017-18 das 16. Finale UEFA Europa League. Die kasachische Premier League, die höchste Spielklasse des Landes, ist laut der UEFA-Fünfjahreswertung auf den 35. Platz und die Nationalmannschaft in der FIFA-Weltrangliste noch nicht mal unter den besten 40 Europas. Wie gut die Kasachen in Asien gewesen wären, könnte man nur spekulieren, wie Spekulatius zu Weihnachten. Aber nach Marktwert wäre die kasachische Premier League genauso wie die kasachische Nationalmannschaft unter den acht wertvollsten Asiens. Ich hoffe, eure Fragen sind diesbezüglich alles geklärt. Finden Sie die Entscheidung richtig, von Kasachstan UEFA zu wechseln oder werdet ihr an deren Stelle doch in Asien geblieben? Wenn ihr wissen wollt, wieso Grönland kein UEFA-Mitglied ist oder warum Israel europäisch spielt, dann klickt hier auf das entsprechende Video in der Endcard. Abonniert meinen Kanal, folgt mir auf Instagram, addnarefootball. Das war's mit dem Video, bis zum nächsten Mal und ciao. Das war's mit dem Video, bis zum nächsten Mal.